Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, zur heutigen Vorlesung. Mein Name ist Prof. Dr. Friedrich Bumbabe-Hirnheimer und ich bin hier als Doktor der Psychologie zur Analyse des neuesten Werks unseres Patienten Thomas. Wie Sie hier unschwer erkennen können, haben wir zwei Personen in diesem wunderbar gerendertem Bild. Die größere der beiden Personen ist versehen mit der heiligen Insignie des Firngard, lang möge er schlafen, während die kleinere der beiden Personen scheinbar dem bekannten und beliebten YouTuber Onkel Hirnys Freund nachempfunden ist. Dieses Bild dient einzig und allein der Etablierung von Kontext, da wir im nächsten Bild sehen, wie sich Onkel Hirnys Freund an langen Genitalien erhängt hat. Die aufgrund des Kontext höchstwahrscheinlich zu Firngard gehören. Für das ungeschulte Auge mag dies wie eine Schmierung wirken, doch für das Auge des gelernten Psychologen sehe ich hier eine klare Kompensation auf der Seite von Thomas. Dies kombiniert mit der eindeutigen Abneigung von Thomas gegen Homosexualität zeigt für mich eindeutig, dass Thomas seine eigenen, für ihn selbst verbotenen Ideen über Homosexualität auf andere projiziert und somit eine romantische, intenssexuelle und BDSM-lastige Beziehung auf Onkel Hirnys Freund und mich überträgt. Meiner fachlichen Meinung nach ist Thomas somit eine gigantische Schwuchtel, die gern einmal in den Arsch gepöllert werden würde, sich dies aber nicht traut, weil er denkt, dass Jesus ihn dann nicht mehr mögen würde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Ihr Professor Dr. Friedrich Mumbabel Hirnheimer